Kriegen GG in Chat oder was? 16 Power-Ups oder 13 oder sowas? Komm mir nicht so, Mann. Rico ohne Power-Up, das ist der Shit, Leute. Ich hab gehört, die Tastatur, die lernt von dem, was man schreibt. Ja, das heißt... Ja, vielleicht hast du das Wort schon öfters benutzt, wer weiß. Clash Royale oder Brawl Stars? Clash Royale? Definitiv nicht, Freunde, sondern Brawl Stars. Offensichtlich. Junge, Olli rasiert. Olli rasiert durch. Ich hab Crow gekauft, so ist es. So ist es. Ich hab vor... Sagen wir pauschal vor einer Woche angefangen zu zocken. Also, Brawl Stars aktiv zu zocken und hab jetzt schon 3500 Trophies ca. plus gemacht. Als Schüler ist das viel. Das mag sein, ja. Für 380 Games. Jo, so ist es. Korrekt. Oh, Auto M-OP. So bockt das natürlich, wenn man hier mal kurz einfach alles mitnimmt, Digga. Cheat, war das close. Digga, war das close. Alter, habbele, drei Monate, ich danke dir, Diggi. Vielen, vielen Dank, Digga. Vielen, vielen Dank für die drei Monate Resub. Tim Koyo, schönen guten Tag. Und da ist der Snipe von Oli, sehr schön, sehr schön, Digga. Sales hat's raus, wir können uns gleich ein Level uploaden, dann sind wir fokussed und jetzt los. Falls hier der ein oder andere beißt, der lebe abtrinkt. Ich habe auch einen Code, auch xHanky. Krieg dir auch 5% Rabatt mit. Nur so fürs Protokoll natürlich, ne? Ist ja kein Muss, alles freiwillig, Digga. Ja, was ist das für eine Mac schon wieder, Mann? Ich finde Monster geiler. Das kannst du nicht vergleichen in der Werbung. Energydrinks und Level Up, das kannst du meiner Meinung nach absolut nicht vergleichen. Also, Crow ist geil. Das Problem ist, ich finde, er ist im Team schlecht. Wie ihr das eben schon sagt, so Solo ist er wahrscheinlich richtig geil, aber ich habe das Gefühl, also ich mache halt zu wenig Damage. Ich mache halt zu wenig Damage. GamePro freut mich, vielen Dank. So, das Ding ist, die Leute knallen mir da ihre 2000er Hits rein und ich stehe da mit meinen 800er Hits und gebe ihm noch einen 90er Dot mit drauf oder so. Welchen Geschmack findest du am besten? Galaxy. Auf jeden Fall Galaxy. Wir spielen mal wieder ein bisschen Rico, Digga. Wir spielen ein bisschen Rico. Wer gestern dabei war, hat gesehen, dass Rico extrem krass ist und wir können uns. bis zum nächsten Mal bei– bis zum nächsten Mal bei , Ja, hat sie echt ein neues Leben jetzt, oder was? Alter. Treffen muss gekonnt sein. Gekönnt, gekonnt, sowohl als auch. So. Paiolo, was geht? Oh, shit! Da sind die Bandenplays mal wieder, Leute. Sie sind wieder da. Oh, shit, das war dumm. Das war richtig dumm von mir. Scheiße gespielt. Scheiße gespielt. Scheiße gespielt. Scheiße gespielt. Das hat ergerlich, Digga, ne? Oh, shit! Let's go! Kriegen GG in Chat, oder was? 16 Power-Ups, oder 13, oder sowas? Komm mir nicht so, Mann. Rico ohne Power-Up, das ist der Shit, Leute. Ein bisschen Solo. Ist Level ab sauer. Nö. Verschiedene Geschmäcke, ne? Hilf, grüß dich. Jetzt bin ich gespannt. Das ist halt ärgerlich, Digga, ne? Das ist einfach so, dass unser Bibi jetzt kommt. Wobei. Schönes Ding. Was, Digga? Nein! Oh! Easy, guck mal. Nicht mal Damage bekommen, Leute. Nicht mal Damage bekommen. Smith, grüß dich. Das Gift ist halt sick, ne? Das Gift ist halt wirklich krass. Man reckt halt einfach kein Leben. Man reckt einfach kein Leben. Wir versuchen's. Ho, ho, ho! Crow ist es halt, ne? Ei, 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 ei. Schöne Ult von Bär, würde ich sagen. Was war seine Mission? Meistens bin ich schon in der vollen Truppe, mit der ich zock. Aber da ist nicht viel Freiraum. Ehrlich gesagt. Okay, also ich mach 1150. Mit nem vollen Dreierhit. Dazu kommen halt noch die Ticks dann, ne? 400 pro Stachel. Okay. Dann geht das mal los, würde ich sagen. Ja, ist dir egal, doch? Ja. Oof. Mr. Mr. 8-Bit. Theoretisch gerne, Alex. Ich bin aber nur bis 16 Uhr da heute. Junge, mir gefällt Crow, Mann. Er gefällt mir. Shadow, was geht? What? Digga, sein scheiß Spawner ist immer noch da. Und nutzt mich hier fast, Mann. Äh, Crow war Power 5 im Angebot. Also das, das war das Angebot tatsächlich. Natürlich. Jungs, wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn bitte? Der ist tot. Tschüss. Heftig. Heftig. fit compliment. Okay. Excuse me. I believe. Okay. − I��an okay.